Aber deine Leistung im Match selber muss belohnt werden und das kannst du dann verrechnen mit der Niederlage sozusagen. Und dann hast du halt keine 140.000 mehr, die du verlierst, sondern wie jetzt 17 Kills, der Kerl hat Leistung gezeigt, verliert 50.000. So, und das ist schon mal ein Unterschied. Wenn ich hier so jetzt, wie jetzt die Runde, wenn ich 5 Runden, jetzt gar nicht mehr, wenn ich auch 3 Runden verliere, ja, oder 2, es reicht ja nicht mal für 3, war es das für mich, kohletechnisch. So, und wenn du am Ende irgendwann mal, dadurch, dass du Leistung zeigst, aber trotzdem die Matches verlierst, und manchmal auch welche gewinnst, und am Ende steht ja eine 20 Millionen, dann steht halt eine 20 Millionen dort, weil zum Fick nochmal du diese 20 Millionen verdient hast. Die sind ja nicht vom Himmel gefallen. So, was erzürnt mich schon wieder. So. Bis zurück, Clay. Du kannst ja mal gucken, ob du hier Arena starten kannst. Arena starte ich gerade, ja. Okay. Du kannst ja mal gucken, wenn du siehst. Schalos! Schalos! Taß dich! Aktivieren, dass wir nach Quatern. Ah! Was ist das? Ach, scheiß doch die Wand. Oh, da waren aber ganz schöne Panzer drin jetzt schon. Ja, ja. Zwei Stück habe ich hier. Danke, Dr. Läufe. Immer eine helfende Hand. Schreiber, schreiber, schreiber! Schreiber, schreiber, schreiber! Oh, wir sind rot. Liegt da wieder einer auf dem Turm oder was? Schreiber, schreiber! Ich erobere. Nein, mach hin. Mach hin, mach hin, mach hin. Mach hin, mach hin, mach hin. Mach hin, mach hin, mach hin. Ja. Was? Ach so, ich dachte, ich habe jetzt eine Runde gewonnen und da zählt trotzdem noch irgendwas. Oh, Alter, leck mich am Arsch. Aber wie gesagt, nützt mir auch nichts, wenn wir das Match verlieren. Verstehst du? Das ist halt die Scheiße. Das kotzt mich so dermaßen an. Du kämpfst hier wie so ein Tier. Ja. Nichts oder? Ach so. Du kämpfst hier. Und dann CO. Das kommt hier. Ich hatte die Schreiber. Das ist dann. Ich habe alles zu viel. Und dann will ich das. Was? Da war das. Oh, war ganz light. Ich habe das. Das war's für heute. Das war's für heute. Alter, mit AP-20. Auf seinem scheiß Turm, Alter. Er hat auch einige verbraucht von den Dingern. Na ja, gut, auf die Distanz. Na ja, wir verlieren die Runde auch wieder. Er hat keinen Bock mehr, echt. Sowas geben wir auf den Kriegs. Wieder 140.000 weg, Alter. Das ist so dumm. Setz deinen scheiß Motorradhelm ab, sonst hörst du nicht. Der rettet nichts. Was ist denn das schon wieder? Ich bin jetzt schon wieder allein oder was? Ich bin lieber auf dem Dom oben mit seiner AP-20-Scheiße. Ja, ja. Ich hab keine Heilung mehr, oder? Ach so, ich bin voll geheilt, okay. Ja, dann... Lass ich den mal capturen. Dann muss er von seinem scheiß Turm runterkommen. Okay, ist das der hier drüben? Würde ich sagen, weil dann brennt... Da leuchtet... Grünes Ding, oder? Warte mal, Mann. Warte mal, Scheiße. Nichts gehört. Nichts gehört, Alter. Dass der da reingekommen ist. Ja, komm. Wir verlieren die Runde, das Match. Ich hab's satt, Alter. Was trifft denn mich hier schon wieder? So. Keine Medizin. Alle haben so'n scheiß Medizin am Start. Alle haben so'n scheiß Medizin am Start. Zählen das noch? Ne. Zählen. Doch. Wir können auf seinem Turm schwarz werden. Wir können auf seinem Turm schwarz werden. muss ich sicher sein müssen. Auch. Jetzt sehen wir zur Zeit, weitergeidet. Da ist kein Pinke noch mehr. Das ist aber nicht das Objektiv, das ist das andere. Das ist das andere. Ja, noch einmal verlieren und dann ist wieder Kohle weg. Aber nee, ich spiele das Spiel nicht mehr, wenn hier nicht bald ein ordentliches Belohnungssystem reinkommt. Scheißspiel, Alter. Für den Arsch alles. Ich hätte mich auch gleich hinlegen können, würde ich auch die 140.000 direkt verlieren. Das macht keinen Sinn, Alter. 140.000 direkt weg. Ob du dir den Arsch aufreißt oder der Hund scheißt, das ist so dumm. Aber es ist nur vier Börden. Hm? 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 4. 5. 4. 5. 4. 4. 5. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 4. 5. 6. 5. Die KT geht hoch, aber die geht auch wieder runter, weil ich keine Kohle mehr habe und mehr... Ey, 148. Ich habe also einen Mate noch gekillt irgendwo. Habe ich noch einen Mate gekillt irgendwo, sagen wir mal. Irgendwo habe ich einen Mate erschossen, aber fragen mich nicht wo. Ist nicht mitgekriegt. Naja, das sind halt 150.000. ARD Text im Auftrag von Funk